herzlich willkommen zu einem weiteren video der firma cnc steuerung in diesem video gehen wir einmal auf die ipm steuerung ein auf die verdrahtung vor allem auf die richtige verdrahtung da haben einige leute doch offensichtlich erhebliche probleme wobei ich dieses mehr auf fehlende fachwissen in anführungsstrichen einfach nicht verfügen wenn ihr einer ipm von uns bekommt erhaltet ihr einen schönen sauber weißen karton da ist zum einen die ipm drin die ipm hat wie man hier sehen kann auf allen ausgängen schutzstecker die man einfach abmachen kann aber die sind halt dafür da damit da keine späne oder sonstige sachen eindringen bei der montage wobei ich nicht verstehen kann wieso man immer wieder blech späne bohrstaub und solche solche sachen innerhalb der ipm findet selbst der netzwerk stecker da haben wir jetzt schon ein paar fälle wo bohr späne hier drin war und wenn man den natürlich dann anschließt und das netzwerk kabel einsteckt dann kommt es da zum kurzschluss aber man sich natürlich auch nicht wundern warum so dinge auch mal kaputt geht obwohl sie sehr robust ist vielleicht mal im detail über jeder klemme außer die hier oben oder plus hier oben diese aufkleber steht immer wie man etwas anlegt fangen wir mal an mit der stromversorgung der grüne stecker den kann man abnehmen kann es dann sauber hier verdrahten ordentliche schraubklemmen dann stecke ich ihn wieder rein links 24 volt plus in der mitte 24 volt minus oder null volt oder masse und hier kommt der schutzleiter der schutzleiter ist einer der wichtigsten leiter die immer immer wieder falsch gemacht werden männer und frauen immer auf einen zentralen punkt nicht von einer baugruppe zu anderen durchschleifen sondern immer auf einen zentralen punkt legen auch wenn das mehr kabel bedeutet dadurch machen wir eine anlage störfester das ist nun mal so dann haben wir hier den netzwerk anschluss der sollte bei jedem pc vorhanden seien eigentlich relativ einfach man geht in die konfiguration von windows und weist der netzwerkkarte eine feste ip zu oder sehr sehr gut dokumentiert in der anleitung dann haben wir hier unten digitale inputs welche digitalen inputs wir haben ist auch hier in der led leiste von 0 bis 11 das heißt insgesamt zwölf eingänge hier oben haben wir die step dir signale und die digitalen ausgänge outputs und hier ist immer ein aufkleber drauf dass ihr bitte vorsichtig seid wie man etwas anschließt auch da gibt es eine sehr umfangreiche dokumentation zu in der regel kann man sagen wir brauchen vier kabel die plus die minus step plus step minus wobei die plus und die minus mit zwei leiter kabel verdrillt twisted pair verwendet wird wenn es der signal genauso also zwei kabel zusammendrillen wenn ihr das nicht habt und immer dass die signal zusammen drillen also plus minus das der signal zusammendrillen plus minus und dann an die endstufe anführen alle anderen die nicht mit vier adern arbeiten sollten sich die dokumentation genau durchlesen des weiteren sind hier auch die digitalen ausgänge auf diesen schraubklemmen oder auf diesen steck block drauf damit ihr nicht hier mit irgendwelchen löt aktionen rein müsst bietet die ip steuerung und das ist bei jeder so auch passende schraubklemmen adapter das wäre jetzt zum beispiel einer auch hier wieder die eingangs signale schön mit kappen hier verdeckt und ich habe dann hier die signale die hier reinkommen hier auch auf schraubklemmen sauber rausgeführt also ihr müsst nicht hier dran rum löten sondern man baut das ja auch man nimmt diese schutzkappen ab und dann ist auch im lieferumfang immer so eine tütefahrt dabei man sieht die schrauben und bei der ipm sind es halt drei kabel bei der ips sind es mehr und bei der ipa auch diese kabel kann man ganz einfach aufstecken und zwar indem man ihn hier mit einem flachband stecker hierüber verbindet kann wenn man jetzt die hutschiene ordentlich aufgebaut habt dann sitzen diese module auch fest hier kommt dann das flachbandkabel das schmalere rein das ist dann ein neunpoliges und dann wird halt der pin nummer eins hier auf die schraubklemme nummer eins gelegt okay so wenn ich also mir den schraubklemmen block einmal anschaue und wir jetzt bleiben wir jetzt mal bei den step deal signalen und den digitalen autos dann ist es so dass die schraubklemmen ich sage es mal leider mit 1 anfangen die ip steuerung gerade bei den eingangs signal was wir gleich machen fängt von eingang 0 an was dann schraubklemme 1 wäre und die schraubklemme nummer zwei gleich ausgang nummer eins also schraubklemme bezeichnung die durchnummerierung hat nichts mit den signalen zu tun nur soweit wenn wir bei den step deal ausgängen sind dann ist immer 12 14 und 15 wäre jetzt hier für die x-achse also die ersten 4 2 hoch 2 tief ist die x-achse auch channel nummer 0 3 4 16 17 wäre channel nummer 1 es wäre die y-achse und die nächsten zwei oben nächsten zwei unten immer so versetzt wäre dann z-achse a-achse also channel 0 channel 1 channel 2 channel 3 channel 3 wäre hier die a-achse dann legt ihr bitte an den schraubklemme nummer 9 und nummer 22 oben 24 volt plus unten 24 volt minus an damit stehen euch die ausgänge zur verfügung denn das was wir hier anlegen und die ipm arbeitet nun mal mit 24 volt kommt dann hier auch raus also ausgang nummer 0 wäre schraubklemme nummer 10 wenn ich den zugewiesen habe und in der software schalte kommt aus der schraubklemme nummer 10 24 volt das würde euch auch hier angezeigt hier außen sind nämlich ausgang 0 ausgang 1 ausgang 2 3 4 und 5 wenn ihr einen ausgang schaltet dann geht auch hier eine led an und ob hier wirklich 24 volt rauskommt hängt davon ab dass ihr die klemme nummer 9 und die klemme nur 22 entsprechend belegt habt das eigentlich relativ easy auf dem separaten schraubklemme block hier außen der 10 polig kommen die analogen signale bzw gehen die analogen signale rein ich will jetzt hier nicht auf die einzelnen klemmen zu weisen aber für einen frequenzumrichter braucht mir zum beispiel schraubklemme nummer 1 das wäre der ausgang nummer 0 und auf 2 und auf 8 haben wir das zugehörige masse signal lest euch eure anleitung durch von dem frequenzumrichter oder wenn ihr einen von uns abruft uns an ansonsten bei dem wo ihr das gekauft habt also wie gesagt ausgänge stehen hier zur verfügung hier stehen aber auch eingänge zur verfügung wo man einen externen potentiometer anlegen kann wo man dann die drehzahl und den vorschub entsprechend übersteuern kann das übersteuern innerhalb der macht drei ist nicht so sauber also für die vorschubgeschwindigkeit ist es immer eine zeitverzögerte sache deswegen gehen wir jetzt immer auf die macht vier da arbeitet der potentiometer wirklich so wie man das kennt runter drehen achse steht auf drehen achse fährt und nicht wie bei der macht drei immer mit zeitversatz so kommen wir jetzt mal zu den digitalen eingängen die digitale eingänge stehen euch und zur verfügung und zwar von eingang nummer 0 bis eingang nummer 12 was dann wiederum bedeutet ihr habt zwölf eingänge eingänge sind alle signale die von der maschine zur steuerung gehen da steht euch auch dieser schraubklemmen block wie gerade gezeigt der auch mit dem flachbandkabel einfach nur verbunden wird der digitale nummer eingang ist die schraubklemme 0 0 ist die schraubklemme nummer 1 normalerweise für alle da habe ich so viele anrufe für gekriegt warum steht hier nicht eine 0 nein weil das schraubklemme 1 ist aber 0 ist jeder eingang weil es in der digitaltechnik halt auch einen null gibt diese ip steuerung arbeit mit einem sogenannten opto koppler das bedeutet ein opto koppler funktioniert nur dann wenn ich auch auf der anderen seite spannung halt anlege bei der ipm ist es so dass die schraubklemme nummer 13 bis schraubklemme nummer 25 die massesignale zu den eingängen 0 bis 11 sind schraubklemme nummer 26 ist nicht belegt die ist frei die überhaupt keine funktion in unseren fertigen steuerungen wird man immer sehen dass wir hier oben die 13 hierüber mit einem schwarzen edding markiert haben das bedeutet wenn ich einen schalter habe zwei anschlüsse ein kabel kommt am 24 volt plus und das andere kabel kommt dann auf die schraubklemme 1 2 3 4 5 bis halt zwölf wenn also jetzt hier 24 volt fließen und ich masse habe wobei lest euch die anleitung oder schau dir die anleitung an man kann mit pnp also positive logik und npn arbeiten negative logik wenn aber hier ein opto koppler ist dann muss man das hier entsprechend verdrahten wir gehen erstmal von pnp logik aus wenn man sich den verdrahtungsplan den schallplan von der ip steuerung bei uns heruntergeladen hat unter www.cnc-steuerung.com dann sieht man es reicht nicht auf der schraubklemme nummer 1 das signal aufzulegen sondern die schraubklemme nummer 1 hat eine masse auf schraubklemme nummer 13 also hier 24 volt minus drauflegen dann kann ich hier einen eingang mit 24 volt plus bedienen zwei ist der eingang nummer eins braucht aber das massen signal auf der klemme 14 deshalb gehen wir hin und mache von 13 14 bis 25 immer masse komplett dann brauche ich mich hier nicht mehr dran drum kümmern das heißt ich mache einfach hier innen drin eine lötbrücke von unten lege einmal masse an deswegen bei uns in den fertigsteuerungen die markierung und ich kann dann hier einfach meine pnp signale beispiel nur noch schalter wir gehen immerhin und nehmen die nur noch schalter ein anschluss kommt auf 24 volt plus und das kabel was zurück fließt klemmen wir auf die schraubklemme nummer 1 deswegen ist bei uns in den profilen was wir brauchen der notaus immer auf eingang nummer 0 gelegt und 0 müsste hier immer leuchten wenn der notaus nicht gedrückt ist drücken wir den notaus fällt hier die led ab weil hier die spannung abfällt ok wenn ihr mit npm signalen arbeitet also mit negativer logik dann müsst ihr hier oben 24 volt auflegen ja und ihr würde dann das signal hier anliegen also nehmen wir mal ein beispiel in induktiver sensor npm braunes kabel 24 volt plus blaues kabel 24 volt minus schwarzes signal kommt an klemmen 13 14 15 16 17 und so weiter bis 25 funktioniert aber nur wenn wir hier oben überall 24 volt plus dauerhaft anlegen weil das signal was wir schalten masse ist ok in fragen einfach uns eine e mail schicken oder halt anrufen dann haben wir hier noch ein expansions modul dieses expansions modul oder expansions anschluss ist bei der ipm ausschließlich nur das mpeg modul früher war es so dass bei der ip steuerung ein abschluss widerstand mitgeliefert wurde heute ist es so dass der abschluss widerstand bei dem expansions modul dabei liegt wenn ihr also ein mpeg modul habt setzt es daneben und ihr verbindet das mit dem beigelieferten flachbandkabel was beim expansions modul dabei ist einfach von hier nach da da steht extra schon drauf pc durchgestrichen hier kann man kein computer anschließen das ist ausschließlich der interne fpga übergang zum zusatz modul die ganze steuerung arbeitet mit 24 volt das heißt die ausgänge hier oben schalten 24 volt raus und die eingänge verarbeiten 24 volt ob npm oder pnp ist erstmal hingestellt wir raten dazu dass ihr immer mit pnp signalen arbeit also mit positiver logik und alle sicherheitsrelevanten schalter end schalter relevant referenz schalter nur noch schalter bitte so verdrahten dass das signal im ungeschalteten zustand schon an liegt das heißt wir machen die als öffner denn nur dann erkennen wir kabelbruch ich habe schon die wildesten steuerungen gesehen männer und frauen macht es einfach richtig es kostet nicht mehr es ist einfach nur das ordentliche und richtige verdrahten vielleicht abschließend dieser schutzleiter legt den wirklich und das meine ich wirklich hier könnt ihr mit 0,5 quadrat arbeiten man sagt als faust regel drei bis vier mal so dick wie die leitung die rein geht also in diesem fall werden das 1,5 quadrat macht mindestens 0,5 maximal 1,5 quadrat aber geht nicht kleiner oder lasst es gar weg fakt ist der schutzleiter baut ein potenzial auf darum müssen alle baugruppen und damit meine ich alle auf einen punkt gelegt werden also kann es sein dass dieses ding hier die ipm nur zehn zentimeter kabel hat aber da oben drüber die endstufen 30 zentimeter die werden nicht untereinander verdrahten sondern alle werden separat mit einem kabel auf einem punkt geführt das ist aufwendiger aber es ist definitiv störsicherer weil wir nachher ein potenzial haben oben zu den step der signalen nochmal die ip steuerung stellt oder ipm steuerung stellt euch vier ausgänge zur verfügung ich kriege sehr oft die frage ob ich fünf endstufen anschließen kann nein wir sagen dann holt euch die ips weil wir arbeiten hier mit differenziellen signalen also mit minus 5 volt plus 5 volt ganz pfiffige gehen hin und nehmen dann die a achse und machen einfach vier anderen könnte machen wenn ihr wisst was ihr da tut wir übernehmen dafür aber keine gewährleistung abgesehen davon ist das auch nicht so schön zu verdrahten und man hat auch dann nicht mehr den vorteil dass man den balken der also im master slave arbeitet dass man den ausrichten kann also elektrotechnisch ist es möglich aber hier steht ja auch drauf lesen sie bitte die anleitung falsches anschließen für zu einer dauerhaft beschädigung des gerätes und die garantie gilt nicht für schäden die durch falsches anschließen entstanden alle steuerung sind getestet also irgendwie so sprüche hat feuer nicht getan und so weiter das könnt ihr knicken dann ist es definitiv falsch verratet bevor ihr jetzt so ein dinge dann einschickt oder wie auch immer ruft uns an sprecht mit dem support im vorfeld wenn fragen sind anrufen oder eine e mail schreiben aber anrufen ist immer schneller und besser dass ich das noch mal erklären wenn ihr euch unsicher seid ja das ist eigentlich ein service von uns uns kann man anrufen und ihr möchtet keinen stress wir wollen keinen stress also fragt vorher nach wenn hier irgendetwas unklar war denn so ein ding kostet ja noch mal ein paar euro und wir wollen euch ja nicht sagen müssen sorry ist keine garantie kostet x das nervt uns beide nur alles klar ich danke für eure aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen tag damit wir wollen anrufen so ein sehr viel ansprechend jetzt kommt ihr EXTRAK das ist ein leichter aber nicht das ist es diese eigentlich ein und wir haben wir Vielen Dank.